Hallo und herzlich willkommen zu Angemacht Politik. Heute ist der 22. März 2021 und ich treffe Thomas Saddelberger. Digital, versteht sich. Thomas Saddelberger sitzt seit 2017 für die Freien Demokraten im Deutschen Bundestag, ist gebürtiger Diplombetriebswirt, hatte diverse Vorstandsämter und befindet sich im aktiven Unruhestand. Ich werde mit ihm über die Themen Bildung und Forschung sprechen und natürlich werden wir auch das Thema Digitalisierung streifen. Schaltet euch ein, seid mit dabei, beginn 19 Uhr.